Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake American Nightmare. Wir sind hier in einer Werkstatt und diese Frau meint, sie wird uns kennen, diese Mechanikerin. I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you going to tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. Look, I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to... well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. Hmph. What was that you said about my aura? Oh. I'm very spiritual, you know. I can see auras. But I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know. I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things, doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no. Not as such. Yeah. Okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox depositories. Yeah, I'm good. I'm good. The champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design. Custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Also man sieht auf der Map diese roten Karten links oben, die roten, äh, drei roten Sterne. Da müssen wir hin. Hier haben wir Munition zum Nachladen. Die Minikarte oben links zeigt ihre Aktivität. Aktuellen Aufgaben an. Die Standorte von Munitionskisten und Rückzugpunkten werden ebenfalls als Symbole dargestellt. Blinkende Fragezeichen deuten auf ihren... Auf einen in der Nähe befindliche Manuskriptseite hin. Alles klar. Das war meine Frage gerade. Und schwuppdiwupp wurde sie schon beantwortet. Hier muss ich jetzt die Geschichte verändern. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Cooles Teil. Ein Ventil. Da haben wir ein Plus. Ah, Plus bedeutet Licht. Und Kontrollpunkt. Ja, das konnten wir erst öffnen, wenn wir zehn Stück davon haben. Hm, komm ich nicht rein. Ah, da komm ich hoch. Alles klar. Das war ein flinker neuer Gegner. Das hat sich irgendwie geteilt. Das war einfach verbrannt. CD, die nehmen wir mal mit. Das sind zwei. Nur eine weitere zu gehen. Hm, Shotgun gegen Carmina tauschen. Das ist jetzt die Frage. Das ist auf jeden Fall wieder eine neue Waffe. Das machen wir mal, um die einfach zu testen. Something tells me, I'm really gonna need the extra firepower. Testen wir das doch einfach mal. Also wir haben ein Ventil und eine CD. Hm, wie können wir damit die Geschichte verändern? Ich weiß es noch nicht. Schauen, was das letzte ist. Ich weiß es noch nicht. Das ist alles. Die müssen wir jetzt erst mal aufladen wieder. Machen wir aber vorher mal hier einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht.